Ein Franzose, ein Deutscher und ein Österreicher gehen am Graben spazieren. Plötzlich sagt der Franzose zu den anderen beiden, sagt er, oh, das ist Jesus. Vor ihnen geht ein Herr im weißen Gewand mit einem leichter Ansatz von Heiligenschein, sagt der Deutsche, oh, das ist der Jesus, natürlich. Auch der Österreicher sagt, ich glaube, das ist der Jesus, ungefähr so stöhlen wir den Fuhren. Auf einmal dreht sich der Jesus um und sagt, ja, ich bin's, ich bin Jesus. Schaut den Franzosen an und sagt, du hast einen Herzfehler. Hält ihm die Hand aufs Herz und der Franzose ist geheilt. Dann sieht er den Deutschen an und sagt, du hast nur ein Auge. Hält ihm die Hand aufs zweite Auge, plötzlich, ha, der Deutsche, er kann mit beiden Augen sehen. Dann stellt sich der Jesus zu dem Österreicher, schaut ihn an, sagt der Österreicher, schleicht, ich bin in Kranken gestanden. Ja, das war gut, gerne. Ja, das war gut, gerne.